Nichts beruhigt sie so wie das Reinigen ihrer Waffe. Jeder andere müsste die Patronenkammer kontrollieren, um sicherzugehen, dass sie leer ist. Sie nicht. Sie kennt das Gewicht des Magazins, das in ihrer Hand gleitet aus Gramm genau. Sie weiß, dass keine Patrone im Lauf der Browning High Power ist, wie sie weiß, dass ihre Augen grün sind und manchmal schwarz. In vier Sekunden hat sie den Fanghebel nach unten gedrückt, den Schlitten entriegelt, ihn abgezogen, Feder und Lauf flüssig herausgenommen. Belgische Wertarbeit. Wie oft war sie dankbar dafür. Das erste Mal tötete sie mit 22, als ein Drogendealer ihr das Leben nehmen wollte und nicht bedachte, dass es dazu zwei braucht. Ein Jahr später war sie bei der Lösegeldübergabe auf den Moment vorbereitet, in dem die Tasche mit den Zeitungsschnipseln geöffnet wurde. Aber nicht auf den 2-Zoll-Revolver, den der Entführer des kleinen Jungen in einem Wadenholster hatte. Die nächsten Monate konnte sie nur mit Licht schlafen. Er war nicht der Letzte. Sie wird sich für alle Zeit an jeden erinnern. In Moskau fand sie der Killer, der sie von ihr, Ivanovich Nikolin, grüßen sollte. Er spielte in der Tiefgarage des Hotels Aralsk Katz und Maus mit ihr, bis sie die Katze war und er die Maus und sie ihn fiepen hörte. Sein Bauchschuss kümmerte sie nicht. Aber noch heute starrt die junge Hotelangestellte sie an, die ein Querschläger aus ihrer Browning ins Herz getroffen hatte. Sieht sie die Augen der Frau, deren Hand sie hielt, solange es dauerte. Über dem Waschbecken des luxuriösen Badezimmers pinselt sie Lauf und Verschluss sorgsam mit Waffenöl ein und denkt daran, dass sie ihre Pistole ein einziges Mal nicht gereinigt hat. Neapel. Die Gasse bei der Basilica di Santa Chiara, wo der Capo des Mazzarella-Clans wartete, mit dem sie über den Scheinankauf von 10 Millionen Euro Falschgeld verhandelt hatten. Als das hingerotzte Wort Putana ihr verriet, dass sie enttarnt war, spielte es keine Rolle, wie schnell sie war. Sie drückte ab, aber der Schuss löste sich nicht. Am Vortag hatten Nico und sie für einige Stunden nach Berlin zurückfliegen müssen. Der Innenstaatssekretär verlangte, persönlich über den Stand der Dinge informiert zu werden. Ein Schildkrötenmensch, der nie verstehen würde, was der Unterschied zwischen einer Aktennotiz und dem Kaliber .357 Magnum ist. Hinterher reagierte sie sich im Schießkino ab, 350 Patronen, musste in aller Eile zum Flughafen wieder nach Neapel, zu ihrem Treffen mit dem Capo, wo die Browning wegen der Kondensate, der Verbrennungsgase und Pulverrückstände eine Ladehemmung hatte. Das wird ihr für immer eine Lehre sein. Der Lauf seiner Luga saß direkt auf ihrer Nasenwurzel. Verwundert wurde sie gewahr, dass sie keine Angst hatte. Sie dachte nur, dass die Zahnlücke des Kapos, die ihr wölfisch entblößte, das letzte war, was sie in ihrem Leben sehen würde. Doch er fiel vor ihre Füße ohne einen Laut. Nico, ein Kopfschuss aus 100 Metern mit einem Colt. So was kann man nicht lernen. Sie schrubbt alle Teile der Waffe mit einer Kinderzahnbürste ab, achtet darauf, dass sie keine Ritze auslässt, sieht zufrieden, dass das Öl tiefschwarz wird. Nur dann ist es richtig. Sie schiebt die Zahnbürste in den Lauf und reinigt ihn von innen. Es ist ihr bewusst, wie gern sie den Stahl anfasst, der unzerstörbar ist und dabei weich und warm. So war es, seit ihr Vater sie als zwölfjähriges Mädchen zum ersten Mal in den alten Steinbruch mitgenommen hatte. Er lehrte sie alles übers Schießen, was ein Polizist seiner Tochter weitergeben kann. Ihre erste eigene Waffe bekam sie an ihrem 18. Geburtstag. Eine gebrauchte, aber gepflegte Starfire 9mm, die nur 400 Gramm wog und sich in ihrer Hand schmiegte. Sie liebte diese Pistole. Ein Tausendschönchen. Jetzt reibt sie den Stahl ab und schnuppert daran. Genießt den Geruch. Nussig. Süß. Rein. Vier Sekunden, um die Browning wieder zusammenzusetzen. Das satte Schmatzen, mit dem der Schlitten einrastet, ist der beste Beta-Blocker. Aber nicht heute. Der beste Teilen für Sarcassier. Der dickens. Die größte Teilen für Sarcassier. Vielen Dank.